recht herzlich willkommen zur 45 folge von aus und zwar der 2. staffel ok letztes mal haben wir hier einen verlust gehabt wir brauchen 42 was hatten wir denn noch es waren ja welche dazugekommen aber einer wieder verloren entschuldigung und ja wir haben weniger bauaufträge gemacht dann gehen wir mal ein bisschen höher ach so wir hatten noch geguckt hier ob die alle rüstung haben und das sah irgendwie mau aus ok zwei davon haben jetzt mindestens etwas der raffer der hat hier noch gar nichts oder die das ist natürlich auch schlecht ich weiß jetzt auch gar nicht ob das ein und ausschaltbar dabei ist sieht aber irgendwie nicht so aus ich glaube anklicken sagt das und wenn du was anderes machst dann ist was anderes dran ja wir haben hier rotes material aber das wird irgendwie keiner bauen da ist eigentlich alles an eigentlich sollte das alles produziert werden fehlt was reisen reisen wir haben vielleicht kein eisen das war das okay das war letztes mal doch schon gut oder so das kann mal hier oben nachgucken der eisen haben und das ist eisen und da fehlt es dran so schaut es aus jetzt müssen wir mal gucken wo es runter geht hier hinten war das aber eigentlich ist ja hier unser mein schaft da schon da ne die sollte da was produzieren oder tja verstehe ich jetzt nicht so ganz eigentlich müsste das laufen aber damit es richtig läuft brauchen wir hier von hand ab oder so was weg das auch weg man passt es oder die stelle da ist der schaft drunter dann werde ich das mal lassen gut da kommt jemand auch immer noch goblinet gucken wir doch mal was goblinet kann warte mal gerade geht vergleichsmäßig 681 919 681 990 600 ha achso 681 ja also ist klar was wir eigentlich machen müssten das hier müssten wir machen aber das macht auch keiner okay da wird wahrscheinlich auch mehr da wird kupfer für gebraucht war das hier kupfer ach das ist ja kupfer und das ist eisen aber da kommen sie ja schon und bauen das kupfer ab also klappt das dann auch das waren hier die boots of haze wo die armvögelchen dann drauf gehen das wollen wir dann auch nicht machen ja da gibt es noch mehr kupfer super und bauen wir das auch noch ab oder ach shit jetzt habe ich nicht die shift-taste gedrückt so da ist im eisen fast kein unterschied hier von dem eisen muss ich das noch mal aus machen so jetzt normal und zum einzeln eisen und da ist schon kupfer so jetzt haben wir noch kupfer jetzt kann das auch gebaut werden eigentlich oder bringen denn welche das auch hoch ich hab keine ahnung warum ist die zeit wohnung aber können wir eine stuze schneller machen jetzt machen wir jetzt genug eisen kupfer so alle gehen hoch und kann dann den kupfer mit wahrscheinlich da kommt noch jemand und nach der sie noch zwei stellen müssen abgebaut werden ok da ist jemand ganz langsam die ist gesund hat aber wahrscheinlich in den bärenhunger oder sowas ne haben wir einen slash damage baked fulfilled überfressen wahrscheinlich gut das haben wir jetzt gemacht sehr dunkel gucken wir nach oben wie sieht das hier eigentlich aus das ist zu soll erstmal reichen was sagt hier unsere anzeige 28 das ist ja auch schon kein schlechter wert essen können sie wohl alle genug wahrscheinlich gucken wir mal gerade noch rein ok brotproduktion ist etwas schmau und äpfel und bieren sind auch nicht gerade die meisten da ja getreide wird aber abgeerntet haben wenn man mehr leute kriegen muss man auch mehr getreide haben ja es weckt aber noch nach aber sie sind alle am essen machen so wie es aussieht essen machen hauptaufgabe zurzeit ich weiß nicht wer der bäcker ist ok ok der hahn kräht tendenziell mehr brote da aber jetzt sind wir mal vier da ok dann passt das ja doch noch ich hatte schon sorgen dass wir da mehr machen müssen mit dem essen ja 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 würde mal sagen wir schlucken mal ein paar äpfel und bieren wo 29 ist noch einer hochgegangen da ist noch ein baum da ist noch was dran oder ja 28 feldgrad der wert da oben da unten haben wir auch noch obst da guck mal das ist sogar schon was reingebracht worden das ist auch schön ne war ja nichts anderes drin oder? achso ok wo kommt denn das barrel dann weg machen wir das mal zu ne denn da soll nur die Äpfel rein prepared for barrel nehmen wir doch noch zwei hin da kriegen wir die ja noch ok das läuft erstmal hier bin jetzt raus oh wieder einer gestorben nur noch 20 da den angriff hab ich gar nicht mitgekriegt oder wie seh ich das noch irgendeine Einstellung verändert ok da im Keller ist die gestorben und wer weiß die hat sich wahrscheinlich was zum anziehen besorgt und dabei ist sie drauf gegangen schade die arena ist fertig wie siehts hier aus da liegt ein Speer und da sind und da sind Iron Boots und da wird grad was gemacht geschmolzen Kupfer wahrscheinlich und wie siehts mit Rüstung aus? ey irgendwie gerade schlecht ne wär schön wenn sich da einer was holt und das anzieht oder? schon komisch hm 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 hmX baoTraten denn das für Geräusche du hast doch kein angeriff oder so was hä komisch 26, ich bin es geht gerade wieder etwas runter. Aber 42 brauchen wir jetzt auch noch mal, sondern nur noch 40. 27 ist gerade wieder gestiegen, ne? Die holen sich gerade was zu essen. Interessant. Ah, da gehörte das gar nicht hin, dass wir da rein zufällig hingestellt wurden, oder wie sehe ich das? Komisch. Naja, egal. Ach, das haben sie jetzt da hingestellt und eigentlich da? Naja, dumm gelaufen. Und was anderes kann das nicht fallen. Manage Stockball. Manage das. Und das weg. Und das an. Eine Ebene zurück. Guckung, ja. Da. Und dahin aber eigentlich, ja, irgendwo sind die Einstellungen wohl anders geworden. Ich hätte nämlich so zufälligerweise ein neues System aufsetzen müssen. Und da sind wohl nicht alle Einstellungen übernommen worden beim Rüberziehen. Ja, soll nicht so schlimm sein. 28 immer wieder. Ja, wir sind ja Blumen, ne? Wir sind ja schon mal schick, oder? Der Schatten ist hiervon. Ja. Ich mach mal grad ein bisschen. Ganz bisschen hier, ne? Ein Raum zu. Sieht besser aus, oder? Komm. Ich mach mir richtig zu da, oder? Achso, der Raum. Ne, das ist der Rückraum. Der Gang ist ja hier schon, okay. Und da sind schon welche am basteln. Ich weiß nicht was sie basteln. Also hier ist ne Tür, da können wir noch grad nen Block drüber setzen, ne? Gut. Ja, einer sitzt da schon. Holz ist ja auch da. Wo, 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 wo holt der denn denn jetzt wieder nen Klotz weg? Haben wir hier hinten irgendwo noch ne Schreinerei, die ich entdeckt hab, oder was? Komisch. Okay, Holz wird auch geholt. Okay, da hat einer den Speer genommen und hat dann hier den Hobgoblin Head hingelegt. So, jetzt haben alle ne Waffe, außer diese Person. Die hat natürlich keiner. Dann machen wir da nochmal nen Equip drauf. Und hoffen, dass es klappt. Die Schuhe sind weg übrigens. Jetzt wird da grad noch was gebaut, okay. Die 24, minimal runter gegangen. Der 3, der wächst noch. Hier fehlen vier Klötzer. Und da einer. Und sind aber kräftig am Bauen. Da fehlen noch drei, also insgesamt vier. Zwei, drei. Hier wird noch Holz gefällt. Liegt aber eigentlich genug rum, aber interessiert keinen. Und der letzte oder war es der vorletzte? Na, einer kommt noch. So, das ist zu. Da ist auch gemacht. Wunderbar. Schauen wir mal rein. Da haben wir noch 22 runtergefallen. Nicht so toll, ne? Getreide wird hier noch genug gemacht. Es liegt auch Getreide genug da. Da soll das oberfleisch rein. Da, da das Getreide ist. Auch 9 vorhanden. Da kommt Mehl rein. Okay. Wie sieht es mit dem anderen aus? Hier. Auch Mehl. Und da. Getreide. Wir haben noch 11 drin. Und da haben wir 11 insgesamt. Ja, 11 haben wir dann insgesamt. Ja, da ist ein Rose Note Steak drin, okay. Und da soll Fisch rein. Naja. Und das war Deko. Ich müsste da eigentlich weg, ne? Aber ich soll ja auch den Raum belustigen, dann passt das da wieder hin. Schwierige Sache. Gut. Okay. Gucken wir nochmal rein, die Happiness. 26 ist noch gestiegen, nachdem wir diese Baumaßnahmen dann wieder beendet haben. Oh, jetzt kommt es aber ein Sprung auf 21. Auch interessant, ne? Gut. Okay. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Äh. Warum sind da drei gestorben? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, wir müssen da in den Einstellungen was machen. Da war wieder ein Angriff, okay. Gut. Aber das mache ich zwischendurch und ihr könnt euch dann auf die nächste Folge schon freuen, wo es dann wieder richtig läuft, wo dann Kämpfe angehalten werden, bevor da Angriffe sind. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!